so ja und schon wieder so gesagt scheiße wir gucken uns mal hier ein bisschen um und mikroskope und licht und roboterarme und kisten und und gleichwertig sediert und wieder eingesperrt weil ich blöd im kreis rumlaufe ein bisschen dunkel cool kann man sich meine abgreifen diese türen machen mich glaube ich demnächst wirklich wahnsinnig hey commander hello i'm glad you're okay commander the crew could use some good news after what happened to jenkins jenkins was a valuable part of this crew part of me feels guilty over what happened if jenkins was still alive i might not be here you're a good soldier williams you belong on the normandy thanks commander i appreciate that typisches naja militärgefährsel weiß ich nicht weil die militaire things were pretty rough down there are you okay i've seen friends die before comes with being a marine but to see my whole unit wiped out and you never get used to we see dead civilians but things would have been a lot worse if you hadn't shown up naja aber du hast das schon gut gemacht we couldn't have done it without you williams thanks commander i have to admit i was a little worried about being assigned to the normandy it's nice when someone makes you feel welcome we are happy that we are here i think you're gonna fit in here just fine williams thanks commander yes commander is there something you need yes i want something personal to ask you how did you end up serving on an alliance ship i enlisted right out of med school earth always seemed boring to me too safe too secure i figured the colonies were teeming with exotic adventure i wanted to travel the stars tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls turns out military life isn't quite as romantic as i'd imagined but humanity needs the alliance if we want to keep expanding through the traverse and the alliance always needs good doctors so i stayed on to do my part humanity needs the alliance if we want to keep expanding through the traverse and the alliance always needs good doctors so i stayed on to do my part okay und berühst du das oder bereuen sie das junge dame ever think you made the wrong choice sometimes i think about opening a private practice back on earth or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies but there's something special about working on soldiers if i left the alliance now i'd feel like i was abandoning them hmmm was sagen sie denn zu caden alenco how well do you know the lieutenant i'd never worked with him before this mission but he has an impressive service record over a dozen special commendations tends to keep to himself though maybe because of the headaches it's not easy being an L2 er ist ein L2 was ist ein L2 was ist ein L2 was ist das mit dem zu tun also die meisten Biotiken benutzen nun die L3-Aberfläche Lieutenant Alenco wurde mit der alten L2-Aberfläche manchmal gibt es Komplikationen welcher Art welcher Komplikationen sehre mentalen Krankheiten schmerzen schmerz 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 kaden ist glücklich er bekommt nur Migräne er kriegt also nur Kopfschmerzen ok und zum Kapitän was wissen Sie über Kapitän Andersen? ich habe jetzt mit ihm gearbeitet für ein paar Tours er weiß wann man Dinge schlafen und wann man die Schmerz schmerzen die Crew weiß, dass er praktisch nichts wird er in die und er zerstört über die Menschen unter seiner Kommande das ist ja super also wirklich wie haben Sie sich auf einem Allianz-Bahn ich habe direkt aus der Med-School er war immer so witzig zu sein zu sicher zu sicher ich habe gedacht die Kolonien sind mit exotischen Spielen ich wollte die Stare die Wände von schweren Soldaten mit schmerzenden Augen und sensitiven Seelen es ist so, dass die Militärer nicht so romantisch als ich hätte gedacht aber die Humanität braucht die Allianz wenn wir durch die Traverse wollen und die Allianz braucht immer gute Doktor also ich durfte auf um meinen Teil zu machen ok danke tschüss 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 ok doch nicht was haben wir sonst noch so? cool x ok du 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 was diese wand also navigator presley was haben sie mir denn zu erzählen ich bin froh dass du okay kommander verletzen jenkins war hart genug hm ja doch hm das war die treppe ja gucken kann ich jetzt hier zum map hm hm ok unten wollte ich noch mal gucken was bei dem fahrstuhl ist auf wo kommen wir denn dahin hm ok es geht nach unten hallo können wir hier ashleys spinnt ausräumen ach so ja ja kommen bekämpfer gut da war jetzt eh nicht viel zu machen deshalb zurück moment ach das war mein anzug damage protection shield tech hm ja war das hier der standard anzug das ist wieder das typische ich bin schon wieder total verpeilt hier ja ähm gut ich renne jetzt mal mit dem anzug rum ja offensichtlich geht es gerade nicht anders ja das hier ist glaube ich die waffen kann man nach die engineering bay äh die gab es im zweiten teil oder gibt es im zweiten teil später nicht die kommt aber im dritten teil wie hier so viel kann ich schon mal vorweg nehmen sieht dann aber ein bisschen anders aus so hallo ja immer ja immer ja immer ja 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 ich bin ja 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 ich bin ich bin auch ich bin ja 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 aber ja 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 ich bin ja 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 es kostet sonn und wieviel habe ich 1550 das geht auch schon gut los Okay, ich kann hier verschiedene Kisten kaufen, so wie es aussieht. Nein, ich nehme mal an, dass das ist, was hier dran steht. Heavy Armour zum Beispiel. Eine Grenade, okay. Increases maximum number of grenades carried by one. So wie ich die Granaten wegfeuere, unnütz ist das bestimmt eine gute Sache. Medi-Gil mehr, also upgrade plus 1, oh, boi, boi, achso, accept, accept. Ja, aber wenn ich irgendwann mal Geld habe, dann kaufe ich mir das alles hier. Äh, buyback, nö, compare. Ah, hier haben sie eine Zahlwerte, sehr schön. Oh, das lohnt sich schon. 216 gegen 63 Schüttel, oh, doch. Light Armour. Okay, also je leichter das ist, umso mehr geht es halt in Tech-Richtung, so wie es aussieht. Also Schutz gegen Tech-Richtung, oder biotischen Schaden. Sniper. Okay. Naja, das reicht ja erstmal. Kann ich ihm noch was anderes abkaufen? Schauen Sie sich für Suppe? Wie oft bekommst du neue Getränke? Well, das betrifft auf, wie viele License, die du gekauft hast. Aber ich werde die Getränke auf regularer Ebene verwenden, egal. Und any time we land some place with a big enough port, I'll buy, sell and trade, whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistent. Das ist doch schön. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Okay, also ich muss Lizenzen kaufen, damit er dann die Waffen kaufen kann, damit ich die upgraden kann. Okay. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain, what it's good for me. Okay. Danke. Not right now. Thanks. Ein Hilfsbereiter mit dabei. Jetzt noch mal da runter. Da auch. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Engineer Adams. Und. Field Integrity Monitor. Also wenn hier diese unsichtbaren Wände nicht wären, ich würde da doch immer reinfallen. Yeah, Codex. Hallo Mr. Adams. In der Tat. Element Zero. Den hatten wir gerade. Mehr war hier nicht. Also wieder nach oben. Tür. 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 Schalte. Los. Man. Blink. So. Hier war ich glaube ich. Genau. Dann ab zur Brücke. Tudum. Tudum. Das war der komische Raum. Das war die Map, die ich nicht anklicken kann. Weshalb sie vermutlich dieses wunderschöne X hat. Airlock und Bridge. Oh. Auf die Bridge. Tag. 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 Hallo. Hallo. Hallo Airlock. Und hallo Mr. Joker. Good timing Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Der Weltraum. Da ist sie. Die Citadel. Da ist sie. Die Citadel. Look at the size of that ship. The Ascension. Flagship of the Citadel fleet. Well size isn't everything. Why so touchy Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to dock 422. This is an outrage. The council would step in if the geth attacked a taurian colony. The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus Systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of a Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the C-Sec findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime. In case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren is their top agent. They don't like him being accused of prison. Saren is a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the C-Sec investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Ich auch. Ich auch. So, und bevor es hier weitergeht, unterbreche ich mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.